und was ist so leute wir werden jetzt die kiste hier ziehen mal gucken was drin ist so eine kiste habe ich glaube ich noch nie geöffnet und was ist es lilaner gegenstand wer ganz geil nein eine mech 10 rangin es sieht nicht mehr hässlich aus aber da gibt es schon geilere tarnungen für geilere waffen yo leute herzlich willkommen zu einem weiteren wettrüst spiel hier in counter strike global offensive und ich krieg erstmal auf die fresse und mit dabei ist der liebe lennart ja sieht man oben rechts lennys leleck richtiger leleck dieser typ ruhig ich bin der cs master desaster hier ist die schöne tarnung die ich eben gezogen habe so beautiful also wir sind eben nach gejoint also der hatte eben drei punkte der erstbeste ich würde sagen es können noch aufhören und wieder den lenni umgebracht lenni du taugst einfach schon wieder eigentlich ist der lenni richtig gut aber heute will ich einfach nicht ich habe auch uns einfach in sieben tage bahn bekommen ich kann es nicht glauben und das vielleicht in sieben tage sackhaar dein erstes ja das ist auch da haben wir es ist noch nicht wirklich ausgereift für ein einzelnes extrem langes haben die stapel weißt du man sieht es einfach aber es ist halt wirklich dann doch ein bisschen nicht so gut scheiße man okay okay i got this i got this ich werde den noch diesen oscar da den werde ich noch einruhen man am anfang nicht laufen kann ich finde das so geil das muss man halt erst mal lernen nach der geburt zu laufen er weiß ist sie nur die nosed das essen muss mit hast du nix in der schule gelernt oder was oh mein gott zu viele gegner weg hier scheiße brett so leute aufwärmphase ist um jetzt wird abgerechnet abgerechnet wird am strand okay ihr neuerl ich hätte ja um es sein können alter das wäre nicht schön gewesen für die aufnahme machen sollte hättest du ja nein ich raste mit dem draus mit fünf tötungen in folge laden wenn die sind hier nicht in einem die top-legged-ins nur zur info sagst du was redet der hässliche im chat er hat nicht das recht nicht aber das gebe ich gerne zu du hast mich geahnt wenn es überhaupt das richtige wort war ja ich dominiere dich jetzt auch gerade das gefällt mir das hat aber auch meinung gesagt der gefällt hat nämlich auch ich wollte ich dachte sagst vater ich habe mich selber gebracht und dann nein ich wurde gemessert ja ich würde ausdrücken jetzt gerade fucking ernst okay der liebe ausgast weithin aber dieser strich der ist gut dabei böse bedrohung eliminieren was springt mir einfach so davor wie muss ich diesen strich der ist eine miese bedrohung ja mann dieser strich oder allein dieser was also leute allein sich nur ein strich als namen zu geben das zeugt schon von psychologischen erkrankungen was du gaylord ich hatte ihn müssen können weiß also dieser person muss geholfen werden spenden bitte an die 5 6 6 8 9 stiftung wenn die alphacore hotline bitte helft dieser person oh mein gott oh mein gott ist es sein ernst hier ist das denn die möglichkeit ja ist das denn die möglichkeit mit dieser shotgun mal einen umzubringen und da haben wir den strich umgebracht der strich ist tot meine damen und herren sie können wieder aus ihren häusern kommen er hat mich umgebracht strich hat den geist aufgegeben ich wollte eh sterben ich hatte keine munition mehr ja du wolltest eh sterben hätte ich nämlich in dem moment auch gesagt ich wollte sterben sonst hättest du mich nicht bekommen weißt du ganz ehrlich ich bin gefährlich und die gar wuhr als das mal was am Anfang du kannst du auch nicht mit dem jahr gibt mir halt mit der ersten autos ich gebe euch allen ich nehme euch alles weg ja endlich man endlich bin ich zuerst wieder dass man hat sie nicht gefühlt neun wobei der 1 gegen 1 würde ich sagen wir kommen doch an jungen alter ich mach dich fertig ah du leleck boah digga diese waffe ist zu gay ey also ich finde die akimbo baretta scheiße und die nägel ist richtig scheiße nicht so mein fall oh 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 ich wurde angeschossen so oh my god ok also baretta ist echt nicht so mein fall jetzt noch einen abmurksen und dann sind wir die scheiße los ja das ist die gilt nice cam oder nein schon wieder digga ich bin habe mich umgebracht jetzt habe ich wieder die negev alter ich fick mich selber ich habe keinen bock mehr mann es ist die ganze zeit ist gleich ich fall da runter wird angeschossen fall da runter und dann verliere ich meine waffe digga that's sad und dann ist die negev und dann ist die negev die kann einfach nichts was sind nochmal die negev so mg dinge achso ah leute junge ich habe keinen bock mehr komm bitte etwas mehr da werde ich gemessert jetzt habe ich wieder die autosniper alter ist das denn die möglichkeit ja 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 oh mein gott ok komm bitte 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 rennt um die ecke huuuu du wichser 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 ok leute ähm wir konnten den strich eliminieren oscar hat nicht das spiel gewonnen nein ähm lenny hat gerult like ever immer halt dein maul ja leute äh lenny ist leider zu arm für einen youtube kanal deswegen ähm checkt einfach die video beschreibung bewerten kommentieren wäre natürlich geil und dann lasse ich dir mein lieber lenny das schlusswort junge weißt du Sören ich grüße euch alle die gerade hier zugucken ja das war es doch schon haut rein geil ich grüße euch alle ich grüße euch alle